Musik Nicht weit von der kasachischen Metropole Almaty entfernt liegt der Tujuxo-Gletscher. Hier in Zentralasien ist das klimabedingte Gletschersterben so dramatisch wie sonst nirgends auf der Welt. Die französische Künstlerin Sarah Monimard hat eine außergewöhnliche Mission. Mit hochsensiblen Mikrofonen will sie den Klang der Gletscher festhalten. Die Töne kommen aus dem Bauch der Erde. Das klingt faszinierend, wie das Pfeifen einer Lokomotive oder das Getrampel einer Horde von Pferden. Manchmal hört es sich an wie ein lautes Magengrummel. Diese Klänge sollen auf die drohende Umweltkatastrophe aufmerksam machen. Als außergewöhnliches Kunstprojekt, an dem Sarah Monimard gemeinsam mit Künstlern aus aller Welt beteiligt ist. Eine der Initiatoren des Projektes ist die Leiterin des Goethe-Instituts in Almaty, Barbara Frenkel-Tonet. Es gibt einen Künstler in Deutschland, Kalle Lahr, der ein Gletscher-Telefon eingerichtet hat. Das heißt, man kann per Telefonanruf hören, wie der Gletscher schmilzt. Das ist etwas, was uns inspiriert hat. Wir wollten das aber gerne auf eine künstlerische Ebene bringen und das mit verschiedenen Kunstformen kombinieren. Sowohl mit Musik wie auch mit visueller Kunst. Die Grundidee dabei war, dass wir versuchen, hier auch im Rahmen von Festivals die Botschaft rüber zu bringen, zu erklären, wie wichtig das ist, dass die Umwelt geschützt werden kann und was es für ein Drama eigentlich ist, dass dieser Gletscher da oben schmilzt. Es sind nur wenige Wochen im Sommer, in denen eine Expedition in das kasachische Tien-Schan-Hochgebirge überhaupt möglich ist. Mitte Juli bricht die ungewöhnliche Expeditionstruppe auf. Ein alter Militärlaster bringt die Künstler und deren Begleiter erstmal hoch ins Basislager, das auf 3500 Meter Höhe liegt. Der Installationskünstler Lille Wann aus Berlin hat die künstlerische Leitung des Gletschermusikprojektes übernommen. Ich bin hier seit Jahren damit beschäftigt, Kunst zu machen über organische Phänomene, biologische, physikalische Phänomene. Aber bis jetzt war es immer in meinem Studio, was so groß ist wie mein Badezimmer, Experimente nachzubauen. Und jetzt bin ich hier und das war für mich sehr glücklich. Bevor es am nächsten Tag auf den 4000 Meter hohen Gletscher geht, schlagen die Berg-Bohemiers in einer ehemaligen Forschungsstation aus Sowjetzeiten ihr Lager auf. Alle Expeditionsmitglieder mussten vorher durch ein Höhentraining und die Gesundheitsprüfung bestehen. Ein wirklich cooles Kunsthappening einerseits, aber nichts für Untrainierte. Als die bunte Truppe die Eisfelder erreicht, gibt es eine unerwartete Begegnung mit echten Gletscherforschern. Die Abschmelze hier oben hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird, wird es im Jahr 2050 in ganz Zentralasien keine Gletscher mehr geben. Der 90-jährige Gletscherforscher Konstantin Makarewitsch kennt den Tujuxo-Gletscher wie kein anderer. Der Gletscher gibt so viele Geräusche von sich. Ich liebe alle seine Klänge. Nachts ist es ganz still und tagsüber fängt er an zu ächzen. Man hört Steine fallen. Es knackt an jeder Ecke. Und dann gibt es diese kleinen Rinnsale, die sich in tosende, reißende Ströme verwandeln. Diese Künstler sollen bloß vorsichtig sein. Es gibt auf den Eisfeldern überall ungeahnte Gefahren. Als die Gletschermusiktruppe am Ziel ankommt, kündigt sich ein Wetterwechsel an. Sarah und ihre Kollegen haben nicht viel Zeit, die Töne einzusammeln. Die Künstler sind überwältigt von der Kompositionskunst der Natur. Jede Ecke klingt anders, doch alles wird übertönt von den Geräuschen der Schmelze. Das Krachen und Gurgeln der Gletscher wird schon in wenigen Monaten auf Festivals in vier zentralasiatischen Republiken zu hören sein. Zunächst in Kasachstan, Usbekistan, Tatschikistan und Kirgizistan. Der nächste Schritt ist, dass wir Leute aus allen vier Ländern hier einladen, doch mit diesen Tönen etwas zu tun und etwas vorzuschlagen. Es wäre ein Wunsch von mir, dass sie zusammenarbeiten, zum Beispiel eine Theatermusik machen, ein Theaterstück mit Musik aus dem Gletscher, zusammen mit dem wissenschaftlichen Teil, dass es wirklich eine große Präsenz hat, dass Leute auch über den Gletscher nachdenken, über Kunst nachdenken, über Kunst und Gletscher nachdenken. Dass Wissenschaft und Kunst sich auf diese Weise verbünden, ist ein außergewöhnliches Experiment. Die Gletscherforscher vor Ort sind nicht mehr die einzigen im Kampf gegen die Gletscherschmelze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017